Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute gibt es das erste Liga-Rennen, beziehungsweise die ersten zwei Liga-Rennen, die packe ich euch heute hier in dieses Video hinein. Wir fahren ja in der Rennwelt in GT3 Pro League mit und das Ganze stream ich ja auch regelmäßig auf meinem Twitch-Kanal, aber hier auf YouTube fasse ich euch das Ganze natürlich auch zusammen. Ich packe die ganzen Highlights hier von dem ersten und zweiten Rennen in dieses Video hinein und dann können wir herausfinden, wie diese ersten beiden Rennen gelaufen sind. Das war nämlich durchaus eine Achterbahnfahrt, sage ich mal. Wir starten hier von der dritten Position in unserem ersten Rennen und wie gesagt, sind wir auf Sunport im Porsche unterwegs. Ich fahre diese Liga mit dem Porsche, wir konzentrieren uns hier schon mal auf die roten Lichter, die jetzt gleich auf grün umspringen, denn genau jetzt geht es los in das erste Liga-Rennen. Wir kommen hier einigermaßen gut weg und können hier vielleicht schon mal den Bentley vor uns attackieren, aber die gehen hier natürlich sehr früh auf die Bremse. Aber der Kollege davor geht sehr spät auf die Bremse, da werden wir leicht von hinten angeschoben. Wir können vielleicht schon mal hier den Kollegen attackieren, der ist aber noch außen und kann sich hier minimal noch vor uns halten. Also das war wirklich durchaus sehr, sehr knapp für ihn und da vorne, der Bentley geht auch kurz weit. Aber guckt in den Rückspiegel, hier werden wir angeschoben und dann werden wir komplett rumgedreht. Und das war es mal komplett hier in der Startphase mit diesem Start in das erste Liga-Rennen. Was war das denn, Freunde? Das gucken wir uns oben nochmal in der Wiederholung an. Also sehr, sehr unglücklich. Der Ferrari, der ist da wirklich viel zu spät auf der Bremse gewesen und war entweder ein bisschen übereifrig oder hat einfach den Bremspunkt verpasst. Das war wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Wir sind hier jetzt ganz, ganz hinten am Ende des Feldes. Hinter uns ist, glaube ich, noch ein Audi oder zwei Fahrzeuge, die sich da noch rausgedreht hatten. Aber wir haben jetzt auch eine Menge Schaden bekommen. Wir hatten insgesamt 24 Sekunden Schaden und das ist natürlich eine Menge. Und wir müssen einen Pflichtboxen-Stop machen hier in diesem Rennen. Ihr seht es auch, wir kommen hier sehr, sehr schnell wieder an das Feld ran. Obwohl wir diesen großen Schaden haben, können die außen schon mal den Aston Martin attackieren und, ja, flügen uns hier zumindest erstmal ein bisschen durchs Feld. Aber, wie gesagt, der Schaden war halt ziemlich, ziemlich groß. Und da habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Der Chat war natürlich auch sehr aktiv und hat damit gewirkt und hat gesagt, es wäre sinnvoll, wenn du genau jetzt an die Box gehen würdest. Da vorne geht schon wieder jemand weit und hat sich rausgedreht. Ja, aber wir waren hier auf jeden Fall viel am Diskutieren. Ja, was machen wir jetzt am besten? Was ist am sinnvollsten? Und generell, wenn du viel Schaden hast am Anfang in der Anfangsphase und du musst sowieso einen Pflichtboxen-Stop machen mit mindestens einem Liter nachtanken, dann wäre es vielleicht sinnvoll, jetzt gleich direkt an die Box zu gehen. Aber ich bin hier in dieser Runde erstmal noch draußen geblieben, um zu gucken, okay, wie verhält es sich? Vielleicht lohnt es sich doch erstmal noch weiterzufahren, aber ihr seht es allein Topspeed-mäßig. Das Auto war komplett kaputt. Also, die ganze Heckpartie war auf jeden Fall schon mal zerstört, aber auch vorne. Also, gleichmäßig wurden wir da komplett einmal von jeder Seite herangenommen, sodass unsere Front, unsere Heck, aber auch unsere Seitenpartie wirklich sehr viel Schaden davon getragen hat. Und, ja, hier seht ihr aber auch, wir können trotz dieses Schadens nochmal ordentlich Druck machen. Trotzdem natürlich super, super ärgerlich. Wir sehen da oben links, der Keksel, der ist hier noch auf Platz 1. Dahinter der Müge auf Platz 2. Der Jonas van Dreuten auf der 3. Und hier ganz viele bekannte Namen auch dabei. Der Gambal, der Jan Biermann ist auch wieder am Start. Also, wirklich Namen, die man natürlich auch hier häufiger in ACC sieht. Und deswegen ist das an sich eine mega geile Liga. Und da hatte ich auch mega Bock dran, teilzunehmen. Und das wird ja auch ein sehr langes Format. Wir haben insgesamt, glaube ich, 30 Rennen. Sodass da auf jeden Fall viel für euch kommt, Freunde. Ob es jetzt auf Twitch ist, ob ihr Bock auf Livestreams habt oder auf Videos im Endeffekt hier auf YouTube, wo ihr euch die Highlights reinziehen könnt. Das bleibt natürlich euch überlassen. Aber am Ende dieser Runde bin ich jetzt hier in die Box gegangen. Also, wie gesagt, wir haben uns da mal eine Runde kurz ein Bild gemacht, wie im Endeffekt das Auto funktioniert. Es war nicht sonderlich geil. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, wir ziehen unseren Boxenstopp gefühlt eine halbe Stunde vor und gehen jetzt hier in die Box, weil, ja, zu verlieren haben wir jetzt eh nichts mehr. Und können dann richtig angasen und vielleicht mal ganz gute Rundenzeiten fahren. Ja, das heißt, hier der Boxenstopp wird vorgezogen. Das Auto wird komplett repariert. Und Reifen hatte ich nicht gewechselt, sodass wir nicht im Endeffekt noch mehr Zeit verlieren. Aber wir springen ans Ende des Boxenstops und jetzt geht es hier los, Leute. Jetzt kommt die große Aufholjagd. Wir sind jetzt gerade auf Position 21. Hinter uns sind noch zwei Kollegen, die sich da ganz am Anfang auch rausgedreht hatten. Deswegen, die haben wahrscheinlich auch ordentlich Schaden davon getragen. Aber 21. Platz. Was ist jetzt hier noch möglich? Das ist die große Frage. Wichtig ist es in der Situation, einfach ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren. Einfach, ja, zu tun, als ob nichts passiert wäre und versuchen, seine Pace zu fahren. Das sagt sich natürlich immer einfacher, als es im Endeffekt ist. Aber wir gucken uns jetzt mal an, wie sich das Ganze entwickelt. Wir springen ab und zu mal ein paar Runden vorwärts, sodass ihr jetzt natürlich nicht komplett hier diese alleinige Fahrt für euch reinziehen müsst. Deswegen springen wir jetzt mal nochmal ein paar Runden weiter. Wir starten jetzt hier gleich schon in die zehnte Runde hinein. Also, wie gesagt, wir haben einen relativ großen Sprung gemacht. Wir können mal links gucken, wie sich das Ganze positionstechnisch jetzt gleich alles verhält. Der Käxel immer noch auf 1, der Büger auf der 2. Der Sender dran an seinem Teamkollegen noch. Und wir sehen hier, wir sind jetzt eine 1,36,2 gefahren. War noch nicht sonderlich gut von der Pace. Und unsere letzte Runde war eine 1,36,5. Also generell von der Pace war ich da noch nicht so zufrieden. Und auf Sanford ist definitiv immer der Punkt oder das Problem, dass die Reifen irgendwann sehr stark abbauen. Vor allem die linken Reifen, der linke Vorder- und Hinterreifen, durch diese ganz schnellen Rechtskurven. Genau diese Kurven, die jetzt hier kommen, diese Passage, das belastet die Reifen wirklich sehr, sehr stark. Gerade, wenn die Strecke auch ein bisschen wärmer ist. Und wir sind hier noch auf dem 22. Platz. Also wir sind noch relativ weit hinten unterwegs. Also da hat sich noch nichts getan. Das liegt aber auch einfach daran, weil die ganzen Kollegen natürlich vor uns noch an die Box müssen. Und hier können wir schon mal ein bisschen Druck machen auf den Würzburger, auf den Audi vor uns. Und da können wir mal gucken, ob wir jetzt hier gleich einen Weg dran vorbeifinden. Von der Pace alleine her waren wir natürlich schon besser aufgestellt als das hintere Mittelfeld oder das Mittelfeld generell. Deswegen, wir haben uns ja hier auch auf dem dritten Platz qualifiziert. Aber die Frage ist jetzt, wo reicht es im Endeffekt? Reicht es vielleicht sogar noch irgendwie für die Top 15 oder vielleicht sogar für die Top 10? Man konnte es wirklich nicht einschätzen. Und das war im Endeffekt dann diese Spannung, die du hattest. Sondern es war einfach diese Ungewissheit. Und hier blinkt der Kollege. Und da wurde es mal sehr, sehr eng. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er da auf einmal schon ein bisschen langsamer wurde. Und die Linie natürlich ganz eng halten wollte wegen der Boxeneinfahrt. Aber das haben wir auf jeden Fall auch überstanden. Das heißt jetzt Platz 21. Da haben wir uns ja gerade schon mal wieder gefunden. Und jetzt heißt es, weiter konzentrieren. Wir springen noch mal ein paar Runden weiter. Wir sind jetzt hier gleich schon in der 20. Runde, Freunde. Und vor uns der Kleinschmidt im S-Martin. Da können wir jetzt gleich schon mal ordentlich Druck machen. Sind mittlerweile auf der 19. Position angekommen. Aber unsere Rundenzeiten, die waren nicht gut, Freunde. 1,37-0 die letzte. Die beste bisher immer noch eine 1,36-2. Und das werden wir vor allem gleich im zweiten Rennen sehen. Da ist case-technisch, da habe ich nämlich am Setup nochmal hier und da was verinnert, case-technisch deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir hier an dem S-Martin da vorne, ob wir da jetzt gleich einen Weg dran vorbeifinden. Sunport natürlich auch eine Strecke, die zum Überholen überhaupt nicht so gut geeignet ist, um es noch vorsichtig zu sagen. Also selbst wenn du da einigermaßen schneller bist, du musst erstmal hier auch vorbeikommen. Das ist diese große Kunst hier auf Sunport. Aber das werden wir jetzt natürlich gleich herausfinden. Vorne immer noch der Kecksel, der sich mittlerweile einen Vorsprung von über 5 Sekunden rausgefahren hat auf seinen Teamkollegen. Und dahinter schon der Gambal. Also der mit dem S-Martin, der hat sich hier auch ordentlich durchs Feld gepflügt. Der war gerade ein paar Plätze weiter hinten. Jonas van Dreuten zurückgefallen auf die vierte Position. Der Jan Biermann auf der 13. Position. Der müsste aber auch schon gestoppt haben zu diesem Zeitpunkt. Oder er hatte da zwischenzeitlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier den Ästen gleich attackieren können. Und jetzt hier in dieser schnellen Passage, da sind wir absolut dran am Ästen. Ihr seht es auch, von der Linie her passt das alles ein bisschen besser. Wir können hier ordentlich Druck machen. Hier überholen ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es sei denn, hier macht er einen kleinen Fehler. Da geht er ein bisschen weiter. Da können wir uns besser positionieren. Gehen hier auf die Innenseite. Und da geht er auch ein bisschen weit. Das heißt, wir haben hier die Tür offen und können uns die Position erobern. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem 17. Platz. Und jede Position ist im Endeffekt wichtig. Gucken, ob ich später hier irgendwie die Punkte einblenden kann. Aber du musst einfach Punkte sammeln. Gerade bei so einem Format, wo du sehr viele Rennen hast. Und für den ersten Platz gibt es 50 Punkte. Und das wird dann immer weiter natürlich nach unten gebrochen. Deswegen hast du hier auch, sag ich mal, selbst wenn du nur auf so einer Position irgendwo unterwegs bist. Jede Position sind wertvolle Punkte. Und da sollte man zusehen, dass man wirklich um jede Position natürlich kämpft. Das sollte immer der Ansporn von einem Simrace oder von einem Rennfahrer sein. Aber wir machen nochmal einen Sprung von ein paar Runden, Freunde. Wir sind jetzt hier auf dem Weg in die 30. Runde gleich. Also es geht hier gleich schon in die Schlussphase von dem ersten Rennen. Und bei uns der Gephardt im AMG. Das heißt, das könnte sogar vielleicht die 12. Position sein. Wir sind jetzt gerade auf der 13. Position. Und da waren wir zum ersten Mal an so einem Punkt, wo es auf jeden Fall schwierig wurde mit dem Überholen. Also ich war ja selbst mit meiner Pace überhaupt nicht zufrieden in diesem Rennen. Und man hat auch gemerkt, okay, ich habe mich, also jetzt hier auch in diesem Zweikampf, habe ich mich schwer getan, irgendwo mal zu behaupten oder Druck zu machen. Also ich habe selber auch hier unter Fehler eingebaut, minimale Fehler. Und wir müssen auch ein bisschen das Wetter im Auge behalten. Ihr seht es, es ist sehr bewölkt. Es ist zwar relativ warm, aber es ist sehr bewölkt. Und vielleicht kann es gleich sogar anfangen zu regnen. Das wäre natürlich der absolute Super-Gaum mit diesen abgefahrenen Reifen. Und wir sehen es, der Scheibenwischer geht an. Ihr seht jetzt noch keine Regentropfen hier, glaube ich, in der Wiederholung. Aber doch, jetzt kann man es auch sehen. Es fängt hier an zu regnen, Leute. Und das wird jetzt nochmal super interessant, weil, wie gesagt, mit abgefahrenen Reifen, die waren wirklich schon sehr, sehr abgefahren. Also das hat sich absolut nicht gut angefühlt. Und die runden Zeiten, die gingen auch immer weiter nach unten. Werden wir gleich auch sehen. Da wird das jetzt natürlich eine super interessante Sache. Wer kommt wie klar mit den Reifen und kann dementsprechend seine Pace aufrechterhalten. Und wer nicht, das ist die Frage. Die Drücke, die waren auch alles andere als gut. Die kann man jetzt hier leider auch nicht sehen in der Wiederholung. Aber ich kann euch sagen, jetzt hier zu diesen Bedingungen, wo es noch gerade trocken war, wo es jetzt noch nicht wirklich feucht war, da hatte ich selbst schon einen Reifendruck von um die 25, irgendwas bei dem rechten Vorderreifen. Weil einfach der Druck durch die ganzen Körper rausging. Hier sind wir schon mal sehr nah, können uns hier sehr gut behaupten. Aber der Porsche ist einfach nicht gut von der Top Speed her. Das heißt, ihr seht es hier, der AMG, der kann sich noch behaupten ohne Probleme. Aber ich habe es natürlich versucht. Ich war hier sehr spät auf der Bremse. Außenrum ist aber meistens keine gute Wahl in dieser Kurve. Das heißt, wir konnten uns nun mal hier zeigen. Wir können natürlich einen besseren Exit hier haben, aber du kommst hier nicht vorbei. Und jetzt wurde die Strecke natürlich immer, immer feuchter und nasser. Und ihr seht es, es fängt schon ganz leicht an zu rutschen. Und das hast du jetzt von Runde zu Runde. Hast du das gemerkt, dass die Pace jetzt immer weiter abgebaut ist. Da ist es immer schwammiger, Infos Feedback wurde. Und das ist wirklich super ekelhaft. Also die letzten Runden, die hatten es wirklich absolut in sich. Da musste man sich sowas von konzentrieren, dass man die Karriere nicht irgendwo wegfeuert. Und dann, wie gesagt, es sind wertvolle Punkte, wenn du hier auf dem 13. Platz unterwegs bist und dann mal irgendwie einen ganz fetten Fehler einbaust und noch wertvolle Position verlierst. Das sind wertvolle Punkte, die dir am Ende der Saison fehlen können. Deswegen absolute Konzentration jetzt hier auf die Schlussphase. Können wir hier Druck machen auf den 1G. Beziehungsweise können wir uns vielleicht sogar irgendwo gleich vorbeisetzen. Aber dafür müsste er schon einen Fehler machen. Da müsste er mal irgendwo leicht weit gehen, so wie der S-Poinen, den wir dann direkt innen attackiert hatten. Aber du musst jetzt auch natürlich deine Bremspunkte anpassen. Ihr seht es, es wird sehr, sehr eng. Und die Bremspunkte an sich, die verschieben sich natürlich jetzt auch noch durch diese Bedingungen. Was eben übrigens, der Gamble hat einen Drive-Through bekommen und hat da wohl irgendwo, ja, irgendeine, gegen irgendeine Regel verstoßen. Das ist natürlich super, super ärgerlich. Jetzt hier in der Schlussphase. In der 33. Runde. Jetzt sind wir gleich in der 34. Runde unterwegs. Und wir sind hier an dem Gebhardt immer noch dran. Das könnte der 12. Platz sein. Da kommt jemand aus der Box. Und wir sind jetzt hier nur eine 1-42-2 gefahren, Leute. Das sind 6 Sekunden hinter unserer besten Zeit in diesem Rennen. Also da seht ihr schon, wie die Pace im Endeffekt jetzt hier gedroppt ist. Das ist eine absolute Ausnahmesituation jetzt hier zum Schluss des Rennens. Und wir springen jetzt hier gleich schon in die letzte Runde rein, Freunde. Im ersten Rennen. Und wir sind hier sehr, sehr, sehr nah an dem AMG dran. Können uns hier links positionieren. Er ist hier gezwungen, so ein bisschen auf der Innenseite zu bleiben. Das heißt, hier können wir vielleicht mehr Schwung holen. Ist aber sehr, sehr schwierig. Ihr seht es. Ich wollte da voll aufs Gas gehen, sehr früh aufs Gas gehen. Und da wird hier die Karre direkt unruhig. Hier letzte Kurve müssen wir uns natürlich auch immer konzentrieren, dass wir hier nicht zu weit rauskommen. Sehr riskant. Vor allem, wenn die Wiese da auch leicht nass wird. Dass du da mal die Kontrolle verlierst. Aber hinter uns ist auch noch ein Aston Martin direkt bei uns im Nacken. Und hier bin ich sehr spät auf der Bremse. Gehe hier ein bisschen weit. Da kann uns sogar vielleicht der Aston Martin hier innen attackieren. Der zeigt sich auch hier innen. Aber hier konnte ich mich nochmal behaupten. Da konnte ich mich glücklicherweise noch irgendwie behaupten. Denn, also es wurde jetzt hier nochmal ein Dreikampf um den 11. Platz. Wir sind hier mittlerweile auf dem 12. Platz vorgekommen. Und das heißt, wir sind hier sogar vielleicht sogar mit Ausblick auf den 11. Platz unterwegs. Das wäre ja nochmal Schadensbegrenzung nach dieser wirklich sehr belastenden Anfangsphase. Nach dieser Situation mit dem Ferrari, der uns da gedreht hatte. Aber wir müssen das jetzt noch irgendwie überstehen. Also ihr seht es, wie vorsichtig ich hier reinlaufen lasse in diese Rechtskurve. Wir sind hier sehr langsam unterwegs. Aber ich kann hier nochmal ein bisschen besser rausbeschleunigen. Aber trotzdem reicht es noch nicht. Wir sind immer noch ganz nah dran. Aber hier hat er jetzt auch keinen Fehler gemacht. So wie die Aston vorhin. Er ist hier wirklich sehr konstant und sehr solide unterwegs gewesen, der Kollege in einem 1G. Aber jetzt hier vielleicht nochmal mehr ausholen. Mehr Schwung holen. Und dann nochmal in diese enge letzte Schikane hier rein attackieren. Da seht ihr, ich wollte nochmal früh aufs Gas. Wir sind hier auch besser rausgekommen. Können wir vielleicht hier attackieren. Wir sind absolut dran an dem 1G. Er macht hier natürlich die Innenbahn zu. Aber hier muss man sehr früh mittlerweile bremsen. Weil sonst gehst du hier weit. Er geht hier auch minimal weit. Ein bisschen spät und ein bisschen tief reingebremst. Und ihr seht es oben im Rückspiegel. Der Aston, der ist auch absolut dran. Also das wird hier ein absolutes Herzschlagfinale. Um den 11. Platz. Um den 12. Platz. Also der Aston will natürlich den 12. Platz. Und wir wollen den 11. Platz. Deswegen hier jetzt nochmal kleiner Fehler von dem 1G. Okay, ich versuche hier besser raus zu beschleunigen. Versuche hier auf die Innenseite zu gehen. Leichter Drift. Da verlieren wir ein bisschen das Momentum. Und hinter uns der Aston. Der Kompass da raus. Und das wird ein Foto-Finish, Leute. Und es wird nicht der 12. Platz. Es ist der 13. Platz im Endeffekt für uns gewesen. Und ich war absolut fertig, Freunde. Ich war nach diesem ersten Rennen absolut fertig. Das war absolut belastend. Diese letzte Kurve. Dieser leichte Drift, den wir da hatten. Es war absolut belastend. Und ich musste jetzt hier einfach erstmal stehenbleiben. Und ich musste erstmal ein paar Sekunden wirklich durchatmen. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da haben wir noch diesen einen wertvollen Platz im Endeffekt dann verschenkt. An den Batschat am, oder im Aston Martin. Mega, mega ärgerlich. Aber so ist das, Freunde. Das war das erste Rennen. Und jetzt im Anschluss kommt direkt das zweite Rennen für euch. Freunde, und jetzt starten wir hier ins zweite Rennen. Von der Rennwelten GT3 Pro League auf Zandvoort. Wir starten aber diesmal von der zweiten Position. Das heißt, wir konnten uns leicht verbessern nochmal. Also im ersten Rennen auf Platz 3 gestartet. Jetzt auf Platz 2. Da war ich wirklich sehr zufrieden mit. Und auch generell von der Pace her war ich im zweiten Rennen generell. Ob es im Qualifying oder im Rennen war, schon mal deutlich zufriedener. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Und wir konzentrieren uns hier wieder auf den Start. Die Startaufstellung relativ identisch. Bis auf das wir halt mit dem Bügel getauscht haben. Der Kirche auf Platz 4. Das war der Ferrari, der uns da im ersten Rennen abgeschossen hatte. Aber jetzt geht es hier erstmal los neben uns. Wie gesagt, der Bentley, der Kexel. Der hier wirklich unglaublich schnell ist auf Zandvoort mit seinem Bentley. Aber vielleicht können wir hier schon mal attackieren. Er ist hier sehr spät auf der Bremse. Hier können wir uns vielleicht innen reinquetschen. Das heißt, wir können hier vielleicht sogar mal kurz die Führung übernehmen. In dem zweiten Liga-Rennen hier auf Zandvoort. Aber hier wollte ich nicht all-in gehen und hier dazwischen gehen. Aber hier geht hier nochmal minimal weit. Wir sind hier außen. Überstehen wir diesmal hier diese enge Linkskurve, wo wir gerade abgeschossen worden sind. Hier hat der Bügel uns nochmal leicht attackiert. Aber da konnten wir uns behaupten, also das war schon mal eine Startphase, die bis jetzt zumindest deutlich, deutlich angenehmer und besser gelaufen ist für uns. Und der Kexel da vorne, der will jetzt natürlich direkt erstmal fliegen lassen. Aber wir müssen uns darauf konzentrieren. Links die Grafik, die spinnt jetzt gerade ein bisschen. Also Platz 8 stimmt natürlich nicht, Freunde. Wir sind hier immer noch auf dem zweiten Platz. Aber müssen gucken, dass wir hier uns immer einen guten Vorsprung auf den Bentley vor allem hinter uns auch herausfahren. Weil auf der Stadt und Ziel gerade, da sind wir hier ein gefundenes Fressen. Und das ist diese große Schwäche vom Porsche im Endeffekt. Dass du, wenn du jemanden relativ nah hinter dir hast, schnell attackiert werden kannst. Aber gerade in dieser Passage hier, in dieser engen Passage, da kannst du dich mit dem Porsche normalerweise sehr, sehr gut absetzen. Aber gerade in der Anfangsphase, wenn du da noch nicht zu 100% auf Pace bist, da kann es hier sehr, sehr schnell gehen mit dem Platztausch sozusagen. Aber wenn alles mal im Rennbetrieb ist, dann kann es hier auch schwer werden auf Sanford. Wie gesagt, keine Strecke, wo du gut überholen kannst. Aber erstmal drauf konzentrieren. Hier die erste Runde ist jetzt gleich absolviert. Der Kexel, der macht hier schon ordentlich Feuer, ist jetzt hier schon über 8 Zehntel vor uns. Und hier müssen wir schon mal auf die Verteidigungslinie gehen, denn der Bentley hinter uns attackiert uns. Und der ist jetzt hier schon deutlich vor uns. Aber vielleicht können wir hier nochmal irgendwie dazwischen halten oder dagegen halten. Ganz auf der Innenbahn. Und das war wirklich super, super knapp. Da haben wir sehr hart dagegen gehalten, aber alles absolut im Rahmen, ohne Berührung. Also, das war hier nochmal eine letzte Hoffnung, dass wir da irgendwie innen dagegen halten konnten. Aber es war wirklich absolut am Limit. Also, da muss man echt aufpassen, weil wenn du da nur ein bisschen zu spät auf der Bremse bist und dich da mit einem Harakiri-Manöver noch behaupten willst, dann kannst du die Kollegen auch mal ruckzuck irgendwie rausschieben. Aber es hat noch funktioniert. Da hat der Bügel wirklich sehr gut mitgespielt. Auch wenn es natürlich hart war, weil er war schon deutlich vor mir. Aber er hat die Tür natürlich auch offen gelassen. Deswegen. Also, es war eine Mischung aus mitspielen und die Tür offen lassen. Und mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie an dem Kecksel dranbleiben können. Also, gerade in der ersten Runde hat das natürlich so ausgesehen, dass es dich hier schon absetzen kann. Aber gerade jetzt, ja, ist die Lücke nicht größer geworden. Im Gegenteil. Nochmal wieder ein bisschen kleiner geworden. Also, es war die ganze Zeit hier am Anfang so bei 7,8 Zehnteln. Aber der Bentley ist natürlich auch auf die Rennpace gesehen. Vom Reifenverbrauch, vom Stripverbrauch von allem nochmal deutlich angenehmer als der Porsche an sich. Also, der Porsche ist auf eine Runde gesehen wirklich sehr, sehr gut. Aber auf eine Renndistanz hat der Porsche definitiv seine Schwächen, sage ich mal. Und deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze diesmal fällt. Auch mit dem Reifen, mit dem Wetter. Das war ja im ersten Rennen, ja, ein absolutes Herzschlagfinale, was wir da gerade gesehen haben. Auch mit dem Regen. Also, da hat sich wirklich alles zugespitzt. Aber hier sieht es jetzt schon mal deutlich, deutlich freundlicher aus von den Bedingungen. Wir haben die zweite Runde hier absolviert. Diesmal kann der Bürgel hier nicht attackieren. Und wir sehen es jetzt schon eine schnellere Runde als im ersten Rennen. Also, hier schon mal eine Zehntel nochmal gefunden. Aber das war natürlich noch nicht das Ende. Also, wie gesagt, ich war von der Pace an sich deutlich zufriedener. Und habe mich hier deutlich schneller zurechtgefunden. Weil ich da im Setup auch hier und da gewisse Dinge umgestellt habe. Mit denen ich nicht zufrieden war im ersten Rennen. Aber wir machen hier schon mal den ersten Sprung von ein paar Runden. Und wir springen mal hier ans Ende der achten Runde. Ihr seht es, der Keksel, der hat da wirklich ordentlich Dampf gemacht. Der hat im Schnitt so seine zwei, drei Zehntel immer gegenüber uns gefunden. Und deshalb ist einfach diese Lücke jetzt schon aufgegangen. Von dreieinhalb Sekunden ungefähr. Wir konnten es ab und zu mal wieder minimal schließen. Aber dann hat er im Endeffekt die nächsten Runden wieder seine zwei, drei Zehntel gefunden. Und die Lücke immer weiter ein bisschen aufgebaut. Ihr seht es, das war jetzt hier meine schnellste Rennrunde. Beziehungsweise nicht meine schnellste Rennrunde, aber eine 1,35,8. Und unsere schnellste Rennrunde war ja auch eine 1,35,8. Aber nur minimal über unserer schnellsten Rennrunde war die letzte Runde jetzt hier. Und da war ich schon wirklich sehr zufrieden mit. Mit dieser Pace, das war ja generell im ersten Rennen. Ich bin mal eine schnellste Rennrunde mit einer 1,36,2 gefahren. Und danach haben wir die im Endeffekt nie wieder erreicht. Und jetzt hier bin ich wirklich konstant auch mal diese hohen 1,35er Zeiten gefahren. Ab und zu mal auch eine niedrige 1,36er. Aber im Schnitt vor allem sehr, sehr konstant. Also konstanter zumindest als im ersten Rennen. Hier mal ein kleiner Fehler. Da waren wir mal leicht neben der Linie unterwegs. Und wir sehen auch hinter uns, hat sich auch ein bisschen was getan. Der Lindner in Porsche. 1,3 Sekunden. Der hat den Büge irgendwo überholt. Da hat der Büge wohl einen Fehler gemacht im Bentley. Aber der ist auch noch absolut dran am Lindner. Also dahinter geht es auch noch sehr eng zur Sache. Und 1,3 Sekunden hatten wir jetzt gerade. Jetzt nur noch 0,9 Sekunden. Das heißt, durch diesen kleinen Fehler, den wir da gerade gemacht haben, kommt der Lindner jetzt auch wieder ran. Und das ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn du den Druck dann von hinten kriegst. Und hier und da mal einen minimalen Fehler gemacht hast. Die Jungs Druck machen. Und da musst du dich hin und wieder mal sammeln. Und ja, die Pace mal wieder irgendwie zusammenkriegen. Deswegen, also wir gucken jetzt mal. Knapp 4 Sekunden haben wir jetzt hier auf den Keksel. Und mal gucken, was die Zeitenabstände oben links jetzt sagen zu dem Lindner. Wieder bei 1 Sekunde. Also es hat die ganze Zeit hin und her geschwankt. Wenn ich meine Pace gebracht habe, jetzt hier in dieser Runde war es zum Beispiel nur 1,365. Wenn ich meine Pace so mit einer hohen 1,35er oder einer niedrigen 1,36er gefahren bin, dann konnte ich den Abstand eigentlich konstant ein kleines bisschen aufbauen auf den Lindner. Aber wenn du diese Fehler machst, dann sind die Jungs direkt wieder da. Und das sollte man definitiv deshalb vermeiden. Und wir springen hier nochmal ein paar Runden weiter. Und wir sind jetzt hier gleich in der 19. Runde. Und da kommt schon die ersten Überrundungen. Der Keksel natürlich immer noch weiter vorne. Hat seinen Abstand noch weiter ausgebaut auf uns. Werden wir auch gleich oben links sehen. Jetzt sind es mittlerweile 6 Sekunden, die er hier Vorsprung hat. Und nur 1,369 von uns jetzt. Der Lindner ist immer noch bei 1,1 Sekunden ungefähr. Das lag aber jetzt auch wieder an dieser Runde, die ich jetzt hier hatte. Die von meinem Pace ja wirklich nicht gut war. Und wir müssen ja auch überlegen, wir haben ja auch noch ein Boxenstopp-Fenster. Beziehungsweise wir haben kein Fenster, wir haben einen Pflichtmoxenstopp. Das heißt, den können wir machen, wann wir im Endeffekt wollen. Aber das Problem ist, wenn du jetzt zur Halbzeit des Rens, das ist ja meistens ein sehr beliebter Punkt, aber hier auf Sandford, wenn du im Verkehr rauskommst, hast du nichts gewonnen. Deswegen macht es hier vielleicht Sinn, bis ganz zum Schluss zu warten. Aber da muss auch wirklich alles glatt laufen, wenn hier zum Schluss alle ihren Pitstopp einlegen. Und wenn du da irgendwo einen Fehler machst oder da wertvolle Sekunden verschenkst, dann kann das hier ausschlaggebend sein. Zwischen Podium und Nicht-Podium oder zwischen 2. und 3. Platz. Das sollten wir definitiv auf dem Schirm haben. Hier 1,2 Sekunden, immer noch identisch die Rundenzeiten, beziehungsweise die Abstände. Also es war wirklich ein Kampf mit Messer zwischen den Zähnen, um jede Zehntel. Das war wirklich ultra, ultra spannend. Auch wieder nicht die direkten Zweikämpfe auf der Strecke, aber diese Abstände, die man die ganze Zeit im Auge haben musste und diese Anspannung, keinen Fehler zu machen, das sind ja auch manchmal die Rennen, die diese Spannung im Endeffekt ausmachen. Aber jetzt hier irgendwie diese Überrundung hinkriegen, ohne dass wir möglichst wenig Zeit verlieren. Aber er hat hier die blaue Plage bekommen, macht hier aber noch nicht Platz. Das kostet jetzt hier natürlich minimal Zeit, aber hier kannst du in der letzten Kurve auch relativ wenig Platz machen. Hier gehen wir noch mal kurz weit. Der Espen bleibt hier immer noch vorne und wollte hier immer noch keinen Platz machen. Also hier hätte er eigentlich die Möglichkeit gehabt, mal kurz vom Gas zu gehen. Macht er jetzt aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir irgendwie, ja am besten jetzt hier vorbeikommen. Und jetzt geht er hier auch auf die rechte Seite, lässt uns hier vorbei. Ein bisschen später, als es mir im Endeffekt lieb war, aber es hat jetzt nicht viel Zeit gekostet. Vielleicht minimal 2,3 Zehntel oder so. Und dadurch sehen wir jetzt auch den Lindner an 0,7 Sekunden. Das hat ihm jetzt hier in die Karten gespielt. Deswegen ist er jetzt hier wieder näher reingekommen. Der Kexler ist noch mal weiter weggekommen von uns. 6,6 Sekunden. Mal gucken, was die nächste Zeitrechnung sagt. Also es sind jetzt knapp schon 7 Sekunden auf den Keksel. 6,8 Sekunden. Und der Lindner wieder innerhalb dieser 1 Sekunde. Also es war wirklich dieser Kampf um jede Zehntel. Und wir machen wieder einen Sprung. Wieder ungefähr 10 Runden weiter. Und der Abstand ist jetzt ungefähr gleich geblieben nach vorne. 6,6 Sekunden. Aber nach hinten. Wir haben unsere Pace nach und nach wieder erhöht. Beziehungsweise ich habe meine Konstanz auch mal wieder gefunden. Und dadurch konnte ich einfach nach und nach den Abstand nach hinten weiter aufbauen. Und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es war endlich mal diese Situation, die du dir als Rennfahrer im Endeffekt auch wünschst. Die Pace ist natürlich jetzt aufgrund der abbauenden Reifen nach und nach zurückgegangen. Aber eine 1,36, 5,7 Zehntel über meiner schnellsten Runde. Das war zu diesem Zeitpunkt. Wir sind jetzt gleich schon in der 30. Runde, ihr Freunde. Das war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall okay mit diesen Reifen. Und ihr seht es ja auch, die anderen Kollegen, die sind jetzt hier auch nicht schneller unterwegs. Also die haben jetzt alle ein bisschen zu kämpfen mit den Reifen. Und die Pace ist bei allen gedroppt. Deswegen hier knapp 3 Sekunden auf den Lindner. Dahinter der Büge 1,1 Sekunden. Der Jan Biermann ist auf der 7. Position. Und der Jonas von Dreuten, der wurde hier ganz am Anfang, glaube ich, irgendwo abgeschossen. Und da gab es eine sehr unglückliche Situation. Deswegen ist der hier, glaube ich, komplett ausgeschieden aus dem Rennen. Der war ja im ersten Rennen ganz gut unterwegs. Ach, wie im zweiten Rennen nicht. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben zumindest im ersten Rennen nochmal wertvolle Punkte gesammelt. Und im zweiten Rennen sind wir jetzt hier auf der zweiten Position. Und es ist natürlich noch nicht vorbei. Denn wir müssen jetzt gleich mal unseren Pflichtboxenstopp hier noch irgendwie absolvieren. Und genau zu diesem Punkt springen wir jetzt mal. Na Freunde, und jetzt geht es hier gleich bei uns an die Box. Der Ferrari lässt uns hier freundlicherweise nochmal durch. Und da verlieren wir keine Zeit. Wir sind sogar gerade auf dem ersten Platz. Es liegt aber einfach daran, dass der Kekse schon an der Box war. Und der Lindner, 3,9 Sekunden. Wenn du diesen Boxenstopp mal richtig verkackst, dann können diese 3,9 Sekunden auch mal ganz schnell weg sein, Freunde. Ganz, ganz schnell. Soll ich hier spätes anbremsen. Pitlimiter rein und ab die Fahrt, Freunde. Wir wollen jetzt gucken, ob wir den Boxenstopp hier einigermaßen gut hinkriegen. Und ob diese knapp 4 Sekunden ausreichen, um uns auf den Lindner zu behaupten. Der ist nämlich jetzt an uns vorbeigegangen. Und mal gucken, ob wir da gleich, ja, wenn er hier seinen Boxenstopp absolviert, den muss er nämlich auch noch machen. Aber hier erstmal gucken, werden wir noch hochgebockt? Oder werden wir direkt hochgebockt? Ja, das sieht gut aus. Da musst du nicht korrigiert werden. Es wurde nur 1 Liter nachgetankt. Das ist nämlich Pflicht. Es werden keine Reifen natürlich selbstverständlich gewechselt. Hier in den letzten 1, 2 Runden. Und Freunde, jetzt geht es hier in die absolute Schlussphase. Hinter uns kommt ein AMG. Aber das ist ein zu überrundener. Also der hat eine Runde Rückstand auf uns. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der Keksel, der müsste jetzt hier schon vorbei sein. Links sehen wir noch die Grafik. Da sehen wir noch den Lindner auf 1 und den Mabix auf 2, unsere Wenigkeit, und den Keksel auf 3. Aber mal gucken, wenn sich das jetzt gleich hier aktualisiert. Der Lindner natürlich immer nach vorne in Runde 36. Und das sind jetzt hier die letzten 2 Runden ungefähr. Jetzt sehen wir es wieder. Der Lindner auf der 1, der Keksel auf der 2. Mal gucken, wie der Abstand ist zu dem Keksel. Ob der größer oder kleiner geworden ist. Und das sind nur noch 4,9 Sekunden. Okay, da haben wir minimal Zeit gut gemacht. Ungefähr 2 Sekunden haben wir da gut gemacht. Auf den Keksel. Das heißt, 4,9 Sekunden ist natürlich trotzdem noch viel zu viel für die letzten Runden. Da vorne sehen wir auch den Bentley. Aber der wird jetzt hier auch auf Nummer sicher gehen. Also der wird jetzt hier nicht mehr absolut am Limit fahren. Du kannst diese 4,9 Sekunden natürlich auch optimal verwalten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt aber noch einigermaßen pushen, wenn der Lindner nochmal einen minimal besseren Boxenstopp hat. Und hier durch irgendwelche Gründe noch vor uns aus der Box kommt. Deswegen musste ich hier versuchen, direkt auf Pace zu kommen. Aber mal gucken, wo jetzt im Endeffekt der Lindner rauskommt. Das ist jetzt hier super spannend, Freunde. Das müsste jetzt auch gleich hier in die letzten Runden gehen. So, Freunde. Und jetzt geht es hier auf die Stadt und Ziel ein letztes Mal. Es geht in die letzte Runde. Da vorne sehen wir den Keksel nochmal. Wo kommt der Lindner raus? Der müsste jetzt hier gleich aus der Boxen aus Bad rauskommen. Aber wir haben es geschafft, uns zu behaupten vor dem Lindner. Er ist jetzt aber auch nochmal näher rangekommen. Werden wir gleich in den Abständen oben sehen. Also das war gar nicht mal so viel Luft, die wir da hatten. Also oben wird der Lindner jetzt hier noch als erster geführt. Aber das müsste jetzt hier jeden Moment umswitchen. Genau jetzt sind wir nämlich wieder auf der zweiten Position und wir gucken mal auf den Abstand. Das sind jetzt noch 2,9 Sekunden. Also es waren schon mal knapp 4 Sekunden. In der definitiven minimalen Näher rangekommen. Vielleicht hat er die Boxen einfach ein bisschen besser getroffen. Der Stopp insgesamt war einfach ein bisschen besser. Deswegen, also du brauchst es auf jeden Fall schon diesen 3, 4 Sekunden Vorsprung, um die hier zu behaupten. Natürlich auch ohne Fehler. Weil hätte ich da einen Fehler gemacht beim Boxen Stopp, das hätte uns definitiv diese Position kosten können. Aber das sind jetzt hier die letzten Kurven, Freunde. Die letzten Kurven in diesem zweiten Rennen. Noch ein letztes Mal hier die letzten zwei Kurven überstehen, Freunde. Und dann haben wir die zweite Position hier im zweiten Rennen uns gesichert und sehr viele wertvolle Punkte gesammelt. Und das erste Rennen quasi so ein bisschen ausgeglichen. War natürlich super ärgerlich, dass wir das erste Rennen da so verkackt haben. Aber das zweite Rennen hat dann umso besser geklappt. Mit eurer Unterstützung im Chat hat das hier auf jeden Fall jetzt für den zweiten Platz gereicht. Und damit war ich wirklich super happy. Also der Keksel vorne, der war wirklich unglaublich schnell in diesem Rennen unterwegs. Da hätten uns im Endeffekt 2,3 Zehntel pro Runde gefehlt. Mit einem leicht besseren Setup vielleicht noch oder hier und da. Mit ein bisschen mehr Training hätte es vielleicht drin sein können. Weil der Porsche ist hier wirklich extrem gut auf Sanford. Und aber insgesamt wirklich super zufrieden mit dem zweiten Rennen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Zusammenfassung hier von meinen ersten zwei Rennen. Wie gesagt, wenn ihr live dabei sein wollt, schaltet auf jeden Fall heute Abend um 18.30, 19 Uhr bei Twitch ein. Ich verlinke auch unten meinen Kanal nochmal in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Livestream. Ansonsten im nächsten Video, wenn die nächsten zwei Rennen zusammengefasst werden. Es geht nämlich nach Kialami und da freue ich mich extrem drauf. Ich hoffe, ihr seid am Start, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.